Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead. Ja, schön, dass du wieder mit eingeschalten hast. Ich werde auch gleich weitermachen, denn wir wollen in die Stadt eindringen und versuchen Medikamente, Batterien und Sachen zu holen, die wir brauchen, um das Boot tüchtig zu machen und um Omid auch zu heilen oder beziehungsweise Medikamente für ihn zu holen und auch für den Doktor. Ach ja, wir machen gleich weiter. Ja, wir machen gleich weiter. Check out what I found in the garage. Hatchet, hacksaw, some other tools. Might come in handy on this little break-in. Nice. Can I talk to you a minute? What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So, wir werden ein Kapazitätsproblem haben. Beide dieser Größe werden nicht mehr als 5 Menschen behalten, sogar mit einem von ihnen ein Kind. Ich, du, Clem, Christa, Omi, Ben, Molly? Ich glaube, dass alle wieder zurückkommen sind, ist das immer noch eine zu viele. Auch wenn wir Molly entfernen. Bevor das Ende ist, werden wir eine Entscheidung machen. Ben bleibt. Also Ben geht, so. Torzu? Wie? Let's get ready to rumble! Wie? Keine Strategie? Keine есть. Waiti, hold on a minute. Du tragen sie nicht mit uns, oder? Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her… Diese kleine Mädchen ist nicht nur excesses Geld. Sie hat uns mehr als einmal aus einem tiefen Platz genommen bekommen. Sie kommt. Geh mit ihm. Du hast den Mann gehört. Lass uns rausgehen. Danke, Kenny. Das hinter mir stehst. Ich hoffe, du hast sie nicht manipuliert, Alter. Aber ich hätte mir auch eine Axt genommen. Ich weiß nicht, ich vertraue Ben nicht. Das ist so... Wenn es darum geht, irgendwen zurückzulassen, Ben. Das sollte es sein. Wir sind gerade unter dem Zentrum von Crawford. Die alte Schule sollte direkt vor uns sein. Okay, Leute. Das ist es. Das ist es. Erinnere den Plan. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben hidden. Und wir bleiben zusammen. Wir finden, was wir brauchen. Und wir kommen zur Hölle raus, bevor jemand noch weiß, dass wir da sind. Entstanden? Und das Teil, um zu bleiben. Das geht für dich doppelt. Wenn wir leise bleiben sollen und uns verstecken sollen, dann wird es bestimmt an mir scheitern. Ich sag's dir. Erstmal. Wir haben einen guten Blick vor, mit dem Cover auf. Lass uns gehen. Woher ist jeder? Es sollten die Gälder kontrollieren. Was? Bist du verreicht? Es ist einfach verrückt. Ich glaube, ich sehe einen. Da, bei der Tür. Okay. Ich und Kenny werden rausklappen und versuchen, ihn ruhig zu holen. Die restlichen warten auf unser Signal. Dann folgen uns über. Jeder hat das? Okay, Kenny. Lass uns das ruhig zu holen. Keine Gälder. Keine Gälder. Keine Gälder. Genau hinter dir. Soll ich den jetzt wegkloppen oder was? Sonst hakelt grad ein bisschen. Bewegen nach. Mache. Mach der von alleine. Was für eine Sprache? Was ist ein Walker zu tun? Hier geht's rein. Geh rein, schnell! War doch nicht so safe da drin anscheinend, wa? Ja, jetzt ist jetzt Verteidigungslinie gedacht. Oh ja. Fuck, fuck! Do you think they saw us? Your guess is as good as mine. What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always wins. Oh man, we are so screwed. No, this is good. We are so screwed. Yeah. Leise sein und jeden Zombie, den wir sehen, gleich killen. I got a bad feeling about this. Ja, das kann schon sein. Rotes Kreuz heißt bitte nicht. Oh, ich ahne, von roten Kreuzen sollten wir wegbleiben. Oh, ich ahne, von roten Kreuzen sollten wir wegbleiben. Warum hat sich die Tür nicht aufgemacht? Das sieht gut aus. Everybody in! Ah, Maria! Oh, ich ahne. Ah, Maria. Ah, das habe ich mir gerade gedacht, war ja klar. Es sieht aus, dass sie diese Runde als irgendeinem Kommandzentrum benutzen würden. Okay, also jetzt was? Wo müssen wir zu schauen? Hier. Okay, Spieplatz. Hast du eine Idee, wo wir eine Batterie finden können? Vielleicht in der Auto-Karte. Es war eine in der Alley, außerhalb des Feuerescapes. Ja, es ist die Hermanns. Du kannst es nicht missen. Was ist das mit der Medizin? Hier, die Krankenhäuserstation. Sie haben es als Medikator. Die war mal die Krankenschwester wetten? Du warst mal die Krankenschwester wetten. Die Batterie? Ich glaube, das lässt mich, um uns eine Batterie zu finden. Ich gehe mit dir. Schau dir zurück. Okay. Okay, wir haben einen Plan. Haben wir jetzt. Du kommst mit mir mit. Ich brauche, dich hier mit Ben und auf unsere Kommandanten zu bleiben. Nein! Ich traue dich in charge. Okay? Vertraue dem Affen nicht. Du verlagst mich mit Ben? Ich werde dich nicht mit Ben. Ich werde ihn mit dir. Entstanden? Oh, okay. Ja, du sollst auf Ben aufpassen. Oh, diesmal drohe ich dem. Wehe. Was ist das? Wehe, du lässt meine kleine Clementine alleine, ey. Du hast dich um die zu kümmern. Oh, ich knutsche fast das Mikrosonale, war ich gerade dran. Ähm, ich gucke nochmal auf den Plan, die Schulkarte. Ja, und dann müssen wir halt in die. Ja, ich dachte, ich soll die Batterie holen gehen. Also, wir müssen über die Feuerleiter. Raus da hin. Ja, gut. Wo sind wir denn jetzt? So, haben wir hier ein Kreuz. Warte mal. Badroom. Kommando. Ah, HQ. Hi, Q. Äh, HQ. Ihr wisst schon. HQ. Also, wir müssen rausgehen. Gehen dann nach links. Und dann nach rechts. Und nochmal nach rechts. Ihr wisst, ich merke mir sowas 100%. Ich habe ein fotografisches Detektiv nicht. Ich werde nachher wieder den Weg suchen. Und orientierungslos in eine Zombie-Horde rennen. Ganz bestimmt. Oh, eine Puppe. Ja, doch wirklich, ja. Wir finden so eine verwirrten... Äh, ja, klar. Wir werden dann bestimmt nochmal zurückgehen, wenn wir da beim Boot sind. So, zu dir komme ich gleich, Ben. Flugblätter. Alter, rennt er wieder um den Tisch rum. So, Number of... Ach, scheiße, dass mein Englisch kacke ist. Bla, bla, bla. Ins Fount. Okay, in den Fitten gefunden. Nummer von... City and Sprood to Crawford. Number of Walkers Fount. Also, die haben drei. Und was ist da oben? Aber into the person... Day signs out... Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin nie über ein relativ schlechtes Schulenglisch hinausgekommen. Okay, Clem. Ja. Diese Duske ist nur wie die, die wir in meiner Schule haben. Ich weiß, es ist weirrt, aber ich vermisse es, es zu sein, in der Schule zu sein. Du, das glaube ich dir. Ich auch. Ich bin auch. Ich war immer ein Lehrer, weißt du? Ich sage dir was. Wenn wir uns selbst ein selbes Platz finden, setz ein kleines Klassraum. Just du und ich. Aber sowas von... Och Mann. Musst du mir ein Plakat basteln? Nee. Nee. Denke schon, ich glaube nicht. Weißt du noch? Ich glaube nicht so, Clem. Ich glaube, das beste, was wir für uns hohen können, ist... ... dass wir einen Weg finden, um zu leben zu sein. Um zusammen zu bleiben. Und um uns nicht zu verändern zu lassen. Das ist was wichtig ist. Ich glaube, du bist richtig. Habe ich dich jetzt verängstigt? Nee, Gott sei Dank nicht. Ganz echt, das wird nicht wieder so, wie es mal war. Aber ganz ehrlich, wisst du, jetzt ist es noch alle Kinder und Jugendliche. Oh, Schule, ich habe da voll kein Bock drauf. Oh, so eine Scheiße. Ich will nicht in die Schule gehen. Aber ganz ehrlich, in so einer Situation würdest du dir das zurückwünschen. Da würdest du sagen, Alter, ich würde am liebsten wieder hier in der Schule sitzen und Unterricht machen. Und naja, dann ist es halt scheiße langweilig. Aber hey, ich muss nicht vor Zombies flüchten. Oder ich muss nicht, äh, um mein Leben kämpfen. So, jetzt kommen wir zu dir, mein liebes Fräulein da. Hey, du brauchst irgendeine Hilfe mit dem? Danke, ich habe es. Nur mal, ich würde etwas, was ich tun würde, du weißt. Ja, das nützlich wäre, warte, 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 das wäre wirklich... Du bist viel用ig. Ha, ja, richtig. Es scheint, alles, was ich immer mache, ist, uns in Probleme zu bringen. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob ich es verkacke. Es ist Kenny. Seitdem ich ihm auf dem Boot zu arbeiten habe, habe ich ihn ein bisschen besser kennengelernt. Er ist ein guter Mann, du wißt? Und es hat mich aufgeteilt, um zu wissen, was ich weiß. Ich habe mich über den Wahrscheinlichkeit zu erzählen. Ben, komm mal, das wieder? Alter, dann killt er dich. Genau, sehe ich nämlich auch so später. Du kannst es ihm später sagen. Du, wenn sich die Situation beruhigt hat, der nicht mehr so heftig... Also, du, in der Situation würde der dich killen. So, vielleicht würde ich nicht killen, dann würde ich verstoßen. Der würde dich in irgendeiner Situation zurücklassen, wo er dir sonst geholfen hätte. Digga, Alter, mach das nicht. Ich habe schon wieder vergessen, wo wir dann gehen. Ach, wir gehen einfach. Links, rechts, 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 links. Guck dir das mal an, was da noch so hängt. Denk nochmal, ich will nochmal das Gesicht sehen. Okay. Jaja, ich wollte nur das Gesicht nochmal sehen. Die Tür links will ich nicht gehen. Machen wir auch nicht. Wir gucken mal hier rein kurz. Mach mal nicht so'n Stress. Oh. Nur mal gucken. Nee, nee, nee. Wir gehen ja wegen Batterie gucken. Das war so abgesprungen. Oh, ein Klo. Ich muss mal kurz für, ähm, Königstiger. Ach, Mann. Dann machen wir halt da rein. Oh, guck mal, wie entspannt er sich darüber bewegt. Nee, wir gehen weiter. Wir noch irgendwas... ...grappen. Was? Naja, wenn wir später mal in die Situation kommen könnten, ja, könnten, äh, selber Munition herzustellen, dann ist es gut, wenn wir Munition, äh, so Hülsen haben. Gut, da sind Zombies drin, da... Äh, okay. Da wollten wir nicht gehen. Doch, Ausgang zur Gasse, das ist dann doch richtig, Mann. Dann geh ich aber trotzdem erstmal hier gucken, so. Logan! Wolverine hat hier... War hier in der Schule. Mach mal auf. Mach mal eins links, zwei rechts, drei links, vier rechts. Nicht? Okay. Ja, ihr seid hier. Und Lee? Und... ...dum, dum, 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 da, da. Ihr gehen zur Gasse. Oh, oh. Oh, ich dachte jetzt, das wäre jetzt noch so ein Ding gewesen, das ist so eine Alarmtür. Molly, geh doch, die Klappe, geh einfach runter. Also, das sind so eine Sachen, wo ich mir denke, wer von euch würde jetzt so runtergehen, wenn er sieht, da drüben läuft ein Zombie, wer würde denn dann runtergehen und sagen, hey, hallo, Molly, bist du hier irgendwo, hallo? Nochmal Lärm machen, wer macht denn das? Jeder. Das ist jedes Mal ein Risiko, dass du, äh, gehört wirst von Zombies. Ha! Wer war das? Soll ich mal zurückgehen? Das war nicht Molly, oder? Du musst doch hier nach links gegangen sein. Da ist doch der Zaun. Irgendwo anders kannst du da gar nicht hin. Puppe hier, ey. Na ja, dann gehen wir nochmal da lang. Wir erleben bestimmt gleich eine ungewollte Überraschung. Ich probiere es auch, wenn das Risiko besteht, dass wir jetzt abstürzen. Ah, ah, oh ja, oh ja, oh ja. Oh, du bist voll der Ninja. Geht noch irgendwas? Können wir in die Richtung noch weitergehen? Und die werden das jetzt natürlich nicht mitbekommen, wenn ich jetzt das Rolltor hochmache. Nein. Oh, die werden es doch hören, 100 pro. Und nun? Was, nun? Noch mal probieren, ich wüsste nicht. Ha! Die recht sich gerade. Was? Was glaubst du, du denkst, du bist schon tot? Er ist schon tot. Ich denke, du kannst sie wegziehen. Nein, sagst mir, was zu tun. Du hast Geeks deinen Weg zu töten, ich werde sie meinen töten. Verdammt. Er hat Medikamente gekämpft. Einen typischen Wissenschaftler oder Doktor vielleicht? Ja, naja, er ist nicht verdammt. Nein. Hast du uns einen Weg in gefunden? Ja, aber die Garage-Tür hat gemmiert. Ich kann es nicht aufrufen. Nicht ein Problem. Schau, was ich gefunden habe. Echt jetzt? Ganz ehrlich, ich habe wirklich gerade an den Wagenheber gedacht. Ja, klar. Kurbel mal. So, einen Wagenheber hatte ich auch mal. Ja, dann. Oh, jetzt hängt es wieder an mir, wa? Ja, ich mache das schon. Oh, Alter. Ich drücke doch, ich drücke doch, ich drücke doch. Oh, ich drücke immer noch. Was? Der ist immer noch nicht tot. Wenn wir das runter machen, bitte. Ich bitte. Du wirst hier nicht drauf achten. Wetten, Alter, ich will das sehen. Ich will, ich will da ran. Alter, ich will an den Wagen. Der kommt doch. Du verkackst es, 100 pro. Was? Was ist das, was du brauchst? Äh, also Corwood, ähm, wegen diesem Walker in der Gasse. Warum hast du dich entschieden, uns zu helfen? Ich will jetzt mal den Walker interessieren. Er kam auf mich auf dem Ruftop. Er versucht, einen Baiter aus mir zu holen. So habe ich mich für die Arbeit gemacht. Was? Du hast ein Problem mit mir zu töten, Geeken zu töten? Nein. Es ist so, dass du auf ihn ein bisschen mehr gehst, als du brauchst. Hey, es sah für mich eher ein bisschen nach was Persönlichen aus. Aber hey, wir haben alle unsere Geheimnisse, ne? Ich würde dir nicht sagen, dass ich einen Menschen getötet habe. Aber verdammt, jetzt habe ich es gesagt. So, warum hast du uns entschieden, zu helfen? Ich habe dir gesagt, ich erwarte eine Runde auf dem Boot, wenn dieser Hellebeirr-Friend von dir geht. Hast du sicher, dass das alles ist? Willst du mich immer hinterfragen? Oder willst du den ganzen Baiter und rauskommen? Was hast du gesehen, zu Crawford? Nein, nein, keine Ahnung. As far as ich bin, diese Baiter haben, was sie zu ihnen gekommen. Nicht viel Sympathie für alle die Menschen, die hier sterben sind, hm? Ich habe so viel für sie, als sie für die Sick und die Olden, und für jemanden, die sie nicht glaubten, war es in ihren kleinen Paradies. So, ja. Baiter sie. Ich werde mal schauen. Du mach das. Mach ich. Aber, das machen wir in der nächsten Folge von The Walking Dead, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann verpasst ihr keine der zukünftigen Folgen mehr. Und ihr unterstützt mich und meinen Kanal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Nein. Das war eine.